Rüde Jax, mal ganz lieb und außer Kontrolle. Ist er aggressiv oder was steckt wirklich dahinter? Der Jax rastet an der Leine dann immer aus, er windet sich auch am Halsband und macht Radau. Kaum zu bändigen ist auch Chester. Jung und ungestüm tanzt der Welpe seiner Halterin auf der Nase rum. Ich fühle mich ganz einfach hilflos und weiß halt nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Und wenn ich mir vorstelle, dass der noch größer wird, dann kriege ich natürlich auch etwas Angst. Viel zu tun für Hunde-Coach Andreas Ohlischläger. Willkommen zu Hunde Verstehen mit Andreas Ohlischläger. Sein erster Fall führt ihn heute an den Nordrand der Eifel, nach Düren zwischen Aachen und Köln. Wenn ein Hund negative Erfahrungen mit Artgenossen macht, geht es an einem Spurles vorüber, bei anderen verändert sich das Verhalten schlagartig, so wie beim Mischling Jax. Der zweijährige Röde Jax. Wenn ihm bei Spaziergängen Hunde entgegenkommen, ist er kaum zur Bremsen. Er bellt, er zieht, er zerrt. Der Jax rastet an der Leine dann immer aus und ich merke dann für mich, dass ich auch gereizt bin und sauer werde und das dann negative Stimmung in die Situation dann bringt. Seit über einem Jahr lebt Jax, der als Welpe in ein rumänisches Tierheim kam, bei seinen Haltern Sonja und Franco. Anfangs ohne Probleme, doch dann kam es zu einem dramatischen Vorfall. Jax ist vor circa fünf Monaten von einer fremden Hündin gebissen worden. Er war an der Leine, die Hündin nicht. Und seitdem ist er fremden Hunden gegenüber wie ausgewechselt und macht Radau. Nun hoffen die 42-jährige Zahnarzthelferin und der gleichaltrige Bankangestellte auf die Hilfe des Hundecoachs. Jax gehört zur Familie, aber so kann es nicht weiterlaufen. Jax bedeutet uns richtig viel. Wir würden ihn nie wieder abgeben wollen. Er gehört zu uns und soll auch bei uns bleiben. Andreas Ohligschläger ist immer besonders gespannt, wie das erste Treffen abläuft und vor allem, wie Jax reagiert. Aha, ein Hund. Hallo. 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 Als Jax mich im Flur so angebellt hat, bin ich bei mir geblieben. Ich wollte ihm nicht die Aufmerksamkeit geben für dieses pöbelnde Verhalten. Manchmal greife ich auch schon mal ein, aber hier war ich primär damit beschäftigt. Wer ist Sonja, wer ist Franco? Was spielen die hier für eine Rolle in Jax Leben? Als ich eben reingekommen bin, wo hast du gestanden, wo hat Franco gestanden und wo war Jax? Ja, ich war auf dem Weg zur Tür. Er war zuerst hinter mir und dann war er schneller. Warum warst du dann nicht schneller und zeigst ihm, dass er zurückgehen soll? Ohne Sprechen, ohne... Warum? Weil er schneller war und weil ich nicht hinterhergekommen bin und... Merkst du, wie du wackelst? Ja. Wenn du hier an der Türe wackelst und ihr habt draußen eine Begegnung an der Leine mit einem anderen Hund und du wackelst da genauso, hast du keine Chance. Ja, da hat er definitiv recht, weil ich bin mir dessen bewusst, dass ich in der Situation mir selber unsicher bin in meinem Verhalten. Ich denke, das übertrage ich dann schön auf den Jax und dann versucht er, glaube ich, mich zu retten. Also Jax war schon immer ein ängstlicher Hund, aber eher passiv ängstlich. Nachdem er dann leider gebissen worden ist, wie er an der Leine war, hat sich dann wirklich auch die Situation verstärkt. Okay. Bei manchen Hunden kann es sein, dass sie durch so einen Beißvorfall eben Trauma entwickeln. Andere wiederum sehen das ganz locker. Bei Jax war es anscheinend so, dass er durch dieses Erlebnis jetzt für sich entschieden hat, bevor ich nochmal angegriffen werde, gehe ich nach vorne. Ich würde mir jetzt mal gerne anschauen, wie ist Jax draußen beim Spaziergang, wenn wir vielleicht auf andere Hunde treffen. Sehr gerne. Sehr gerne. Super. Sollen wir mal gehen? Ja, klar. Wunderbar. Komm. Es geht in Richtung eines Waldes, ganz in der Nähe. Schon nach wenigen Minuten nähern sich zwei große Hunde und Jax gerät sofort in Anspannung. Jetzt geht's los. Ja. Du hältst ihn rechts. Zurück. 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 Hallo. Kannst du mal eine Sekunde warten? Natürlich. Ja, super. Danke. Sonja wurde sofort unruhig. Sie wurde hektisch. Sie fing an rumzufuchteln. Das hat wiederum Jax dazu veranlasst, noch hektischer und noch massiver auch in seiner Körpersprache zu werden. Ich würde jetzt mal Jax an die Leine nehmen. Du bleibst einfach stehen. Und ich würde mal schauen, wie er bei mir reagiert an der Leine. Ja, damit ich dann der Sonja zeigen kann, wie sie eine Veränderung herbeiführt. Ich kann im Verhalten von Jax jetzt schon erkennen, dass es kein Aggressionsverhalten ist. Er liegt auf dem Boden. Er wedelt mit der Rute. Er ist relativ defensiv, auch wenn es offensiv aussieht. Und er ist unsicher. Er ist sehr, sehr unsicher. Ich werde ihn jetzt mal an die Leine nehmen und mal schauen, wenn ich mich verändere, verändert sich dann auch Jax Verhalten. Der Hundekoach zeigt, wie wichtig Klarheit und Führung für Jax sind, der sich sofort ganz anders benimmt. Unglaublich. Super, Schatz. Unglaublich. Super, Schatz. Toll machst du das. Also in dem Moment, wo Andreas die Leine übernommen hat, habe ich schon gemerkt, dass in dem Jax anscheinend irgendwas passiert ist, weil er direkt ja auch runtergekommen ist. Und in dem Moment ist auch von mir eine Last abgefallen, weil ich gesehen habe, er kann es auch anders. Jetzt bist du dran. Mhm. Gehst du alleine vorbei? Brauchst du Unterstützung? Ich versuch's alleine. Ja. Hältst einfach ein bisschen Abstand. Wenn er sich korrekt verhält, machst du kurz. Super, fein. Gehst du dran vorbei. Macht er Stress. Grenzt du ein bisschen ein. Gehst dann wieder vorbei. Bitte schön. Souverän, locker und cool. Ja, super. Ja, super. Genau, motivierend. Schön. Super, Jaxi. Ja, super. Geht doch. Ich war so stolz auf sie. Ich denke, klatsch mal nicht so viel bei, weil sonst ist das nachher wieder. Weg. Und wie wird Franco sich schlagen? Super. Feiner, Jaxi. Sehr schön. Fein. Ja, komm mal her. Super. Fein. Er ist ganz anders als Sonja. Er ist viel ausgeglichener. Ihm fehlte noch so ein bisschen so die Begeisterung auch zum Hund. So ein bisschen mehr Leben am Hund dran. Aber für die erste Begegnung nach so einem Stresstreffen. Super, Franco. Toll gemacht. Tipps habe ich noch für euch. Aufgaben. Bitte sucht Begegnungen mit Hunden. Seid freundlich, seid souverän, seid entspannt. Wenn er ausflippt, grenzt ihn ein. Sprecht nicht so viel mit ihm. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Handy-Videos von den nächsten Begegnungen macht, damit wir uns die das nächste Mal im Revier für Hunde anschauen können. Ich freue mich. Wir uns auch. Wir uns auch. Vielen Dank. Danke. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Eine Begegnungsstätte für Mensch und Hund. Für Sonja wird das Coaching hier ein besonderes, aber auch ein tränenreiches Erlebnis werden. In Erftstadt bei Köln wartet der zweite Fall auf den Hunde-Coach. Bei Hunden, die in einem Haushalt leben, bei dem mehrere Personen anwesend sind, kann es zu Konflikten kommen. Mal hört der Hund besser auf Rauschen, mal besser auf Herrchen. Bei Gabi, Paul und ihrem Hund Chester ist das genauso. Und was da los ist, schaue ich mir an. Der erst fünf Monate alte Schweizer Sennenhund Chester. Ob im heimischen Wohnzimmer oder draußen auf der Straße, er macht, was er will. Halterin Gabi ist verzweifelt. Ich fühle mich ganz einfach hilflos und weiß halt nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Und wenn ich mir vorstelle, dass der noch größer wird, dann kriege ich natürlich auch etwas Angst. Bei Ehemann Paul gibt es weniger Probleme. Er scheint Chester besser im Griff zu haben. Wenn ich den Hund ins Kommando nehme, er reagiert zwar auch mit Verzögerung, aber schon mal eher, als wenn meine Frau das macht. Es nervt mich manchmal. Und ich merke selber, wenn ich genervt bin, dann reagiert er noch angespannter. Gabi und Paul sind frisch in Rente. Und nach dem Tod ihres ersten Hundes vor sechs Jahren war nun die Sehnsucht groß, wieder ein Haustier zu sich zu holen. Und Chester ist ihnen längst ans Herz gewachsen. Er ist knuffig, er kommt an, er braucht seine Streicheleinheiten. Ich liebe diesen Hund heiß und innig. Andreas Ohlischläger freut sich schon auf den Welpen. Je jünger der Hund mit Training startet, umso besser, damit sich erst gar keine Unarten verfestigen. Ob Chester das auch so sieht? Als wir uns dann hingesetzt haben, hat Chester mich so ein klein bisschen belagert. Ich habe ihn ignoriert. Warum? Wenn man Hunde ignoriert, kann man daraus die schönsten Freundschaften entstehen lassen. Als ich hier eben reingekommen bin, ist mir was aufgefallen. Die Vorhänge, die Gardinen sind alle irgendwie hoch. Hat das was mit Chester zu tun? Das hat was mit Chester zu tun. Alles, was sich bewegt oder alles, was rumliegt, sei es eine Jacke, sei es die Gardinen, die bis auf die Erde hängen, versucht er anzuknabbern und mitzunehmen. Okay. Da die doch einiges gekostet haben, habe ich sie lieber mal hochgehangen. Aber das ist doch schon eine Form der Kapitulation. Das heißt, wir machen die Vorhänge hoch, irgendwann gibt es hier keine Teppiche mehr, wir dürfen keine Jacke liegen lassen. Also die normalen Teppiche sind hier eh nicht drin. Hier sind eh andere Teppiche drin. Die haben wir von der Schwiegermutter gehabt. Also unsere normalen liegen hier nicht. Das ist keine gute Maßnahme. Der Hund sollte eher lernen, die Gardinen sind tabu, die Teppiche sind tabu. Wenn er es sich erlaubt, kriselt es in der Mensch-Hund-Beziehung. Hier müssen relativ schnell klare Grenzen gesetzt werden. Nicht wegziehen, auch nicht sprechen, sondern einfach mal bei dir bleiben und bei mir. Ja. Versuche ich ja. Jetzt knabbert er. Was hast du bisher gemacht, wenn er daran knabbert? Nein. Das ist ja eine Diskussion, ne? Umso kleiner der Hund ist, ist das irgendwie bei vielen Leuten noch süß. Auch guck mal, der Kleine, wie dreist er ist. Ist er irgendwann ausgewachsen, hat 40 Kilo, ist das gar nicht mehr lustig. Richtig, und er wird ja 40 Kilo. Okay. Also, Hilfe. Hilfe. Hilfe ist da. Ich gebe dir Hilfe. Ich gehe mal auf den Boden hier, ja? Ja. Ich gehe ja bei meinem Coaching sehr gerne auf die Ebene der Hunde. Gerade bei jungen Hunden ist das von Vorteil, weil da kann man denen schon ganz deutlich in der Körpersprache signalisieren und zeigen, hey, vorsichtig, langsam. Ich glaube, er hat einfach zu viel Aufmerksamkeit, weil ich merke schon, wenn man ihm deutlich entgegentritt, indem man ihm zeigt, hey, also es gibt bestimmte Grenzen und es gibt bestimmte Freiheiten. Und wir können auch schmusen und wir können auch uns anfassen und wir können auch mal die Pfote anfassen. Und man ist selber ruhig, dann bleibt er auch ruhig. Wenn du aber anfängst, hey, lass es, hör auf damit, lass es, Chester, lass es sein, setz dich hin, hör auf jetzt damit, geh in deinen Platz, geh auf deinen Platz, geh in deinen Korb, dann fängt der Hund an, dich nicht mehr ernst zu nehmen. Super. Super macht er das. Toll. Guter Junge. Korrektes Verhalten, Aufmerksamkeit. Unerwünschtes Verhalten, Ignoranz. Ich habe immer gedacht, das kann gar nicht sein, dass ein Hund plötzlich so anders reagiert durch eine Geste oder durch einen Ton oder einfach mal Berührung. Und jetzt habe ich es gesehen und ich muss mich eigentlich bei allen Hundetrainern, die ich bis dahin gesehen habe und nicht geglaubt habe, müsste ich mich eigentlich entschuldigen. Und hat Gabi sich schon etwas vom Coach abschauen können? Nein. Warum nein? Ja, jetzt gibt es ihm wieder die Zuwendung, die er einfordert. Okay. Er hat ja nicht mal Zuwendung eingefordert, sondern er belästigt sie ja wieder. Ja. Psst. Zieh ich mal und dann hörst du mal auf, ihn anzugucken, weil du gibst ihm ganz schön viel Raum, ne? Boah, der belästigt dich, weil er das gelernt hat, ne? Super. 1-0 für dich. Dann hast du super gemacht. War es schwer? Nö. Nö, ne? Man kann wunderbar klare Signale an den Hund senden, ohne ihn anzuschauen, ohne ihn anzusprechen, ohne ihn anzufassen. Wenn wir das wirklich fühlen, dann kommt das auch beim Hund an. Achte auf meine Körpersprache. Achte auf meine gesamte Energie, die ich rausstrahle. Das darf der lernen. Vorhänge hochhängen, Teppiche weg. Wo sind wir denn hier? Tja. Nee, das geht nicht. Beim Chester. Beim Chester, nee, ich bin bei Gabi und Paul, ich bin nicht bei Chester. Genau. Einige Dinge haben wir jetzt hier schon gecoacht und uns angeschaut. Und jetzt bin ich neugierig. Jetzt möchte ich mal mit euch und Chester auf die Straße gehen, um mir anzuschauen, was macht er denn draußen? Wie verhält er sich an der Leine? Und? Habt ihr Lust? Ja, machen wir. Wunderbar, dann gehen wir. Alles klar. Und draußen zeigt sich bereits nach wenigen Metern, dass sich schon Unarten eingeschlichen haben. Denn immer wieder beißt Chester in die Leine. Warte mal. Wirkt das immer so? Manchmal. Manchmal oder immer? Nein, nicht immer. Er hat sich die Leine genommen und da gab ich schon wieder so dieses 21, 23, 29, ja nicht da reinbeißen. Zu spät. Wäre sie klar in ihrer Kommunikation zum Chester gewesen, wird der Hund nicht mehr in die Leine beißen. Das lernen Hunde. Sie lernen auch, sich bestimmte Dinge rauszunehmen. Und Menschen lernen einfach zuzuschauen und zu sagen, ja guck, der macht das wieder. Jetzt beißt er wieder in die Leine rein. Ich weiß manchmal selber nicht, warum gucken die Leute so lange zu dabei. Schnelles, eindeutiges Handeln ist gefragt. Dazu hat Andreas Paul gebeten, Chester ein Geschirr anzulegen. Und das hat seine Gründe. Ein junger Hund in der Entwicklungsphase, der auch an der Leine zieht, sollte mit Geschirr ausgeführt werden. Der ganze Rücken leidet darunter, wenn diese Schläge in die Halswirbelsäule reingehen. Da ist wirklich darauf zu achten, dass dieser Hund beide Seiten hat. Also einmal Halsband, einmal Geschirr. Dass er lernt, er soll an beiden Vorrichtungen vernünftig ausgeglichen laufen können. Doch Halsband hin, Geschirr her. Chester schnappt auch weiterhin nach der Leine. Chester, hey. So ist fein. Komm. Hey. Hey. Darf ich nochmal? Ja. Ja? Okay. Das hat er auch gelernt. Er hat gelernt, immer wieder in die Leine reinzubeißen. Und du hast zu lange einfach es zugelassen und daraus ist ein Spiel geworden. Für ihn ist das jetzt keine Regel, sondern ein Spiel. Okay. Chester, nein. Chester, lass es. So ist fein. Chester, nein. Chester, lass es. Genau wie drin. Keine Grenzen, keine Regeln. Gut. Gerade in so einem jungen Alter brauchen Hunde Persönlichkeiten. Die brauchen richtig starke Typen, wo sie dran hochgucken können. Gabi war noch nicht so weit. Sie war einfach nicht so eine Leitfigur. Also auf der einen Seite motivieren und dann super, dass der Spaziergang Spaß macht auch. Und du musst halt im Timing wirklich aufpassen, dass du schnell bist und dass du dann sofort reagierst, wenn er versucht, was aufzunehmen oder wenn er in die Leine reinbeißt. Du musst sofort reagieren und im Keim erstücken. Ja, er hat ihm klare Grenzen gesetzt. Er hat gesagt, so, bis hier und nicht weiter. Ja, bin ich mal gespannt, wie ich das umgesetzt kriege. Schauen wir mal. Für Gabi gilt es jetzt, mit Ruhe, Geduld und Klarheit zu üben. Denn Chester reagiert stark auf die Menschen am anderen Ende der Leine. Gabi? Ja? Mach dir mal kurz. Geht der Paul anders mit Chester? Probier mal. Dann nimm du mal. Und dann hat der Paul Chester genommen. Da war sofort eine ganz andere Energie drin. Weil er aber auch das umsetzt, was er wirklich will. Und da ist Gabi eben noch auf wackeligen Beinen unterwegs. Paul? Er? Nicht. Der sagt, okay, jetzt gehen wir. Und hat er auch direkt eine ganz andere Haltung eingenommen. Ich fand's super. Für Chester ist jetzt erst mal Schluss. Zumindest für heute. Wir sehen uns das nächste Mal bei mir im Revier. Dann bekommt er ganz viel gute Energie von Hunden. Bleib konsequent. Bleib liebevoll. Seid nicht streng mit eurem Hund. Habt Verständnis für ihn. Aber in erster Linie auch für euch. Und du bekommst von mir die Aufgabe, dass du auf jeden Fall darauf achten darfst, dass du jemandem etwas mehr Verständnis, Zuwendung und Liebe gibst. Weißt du wem? Mir selber. Ganz genau. Bleibt in eurer Energie. Ihr habt das echt richtig gut gemacht. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, auch zu danken. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Im Revier für Hunde wird Chester zum ersten Mal auf viele Hunde treffen. Und wie wird er auf solch klare Ansagen reagieren? Sonja und Franco sind mit Jax auf dem Weg zu Andreas Ohlischläger. Seit er von einer Hündin gebissen wurde, ist der Mischlingsrüde Artgenossen gegenüber auf Krawall gebürstet. Jax ist für mich so ein Hund, der sehr, sehr unsicher ist, aber an der Leine eben aggressiv wirkt. Wenn ich ihn so beobachte, könnte man ja meinen, oh weia, der greift andere Hunde an. Sonja und Franco hatten ja einige Aufgaben auf. Ich hoffe, sie konnten sie umsetzen. Ich möchte jetzt mal eine Leinenbegegnung herstellen und mal sehen, was konnten sie umsetzen von meinen Tipps. Jetzt bin ich ja neugierig. Ja. Fortschritte gemacht? So mal so, oder? Genau. So mal so. Also wir haben Fortschritte gemacht nach unserer Meinung und haben aber auch Rückläge erleiden müssen. Ah, okay. Das gehört ja dazu. Bei einer Veränderung gibt es immer so Fortschritte und Rückfälle. Habt ihr ein paar Videos gemacht? Ja. Ja, super. Da freue ich mich ja immer. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ach, okay. Das war direkt quasi nach deinem ersten Tag, nachdem du gefahren bist. Dann haben wir natürlich am nächsten Tag direkt geübt. Okay. Ah, aber da geht's los, ne? Genau. Relativ früh. Cool. Super. Sehr gut. In deiner Energie bist du echt richtig gut, ne? Also da warst du auf dem Punkt genau. Er versucht ja immer noch jetzt. Aber man sieht ganz genau, ne? Wann er dann den, wann der Auslöser kommt, ne? Und wenn du ihn da vorzeitig nicht unterbrichst, dann wird's schwieriger, ihn da wieder rauszuholen aus der Situation. Es gibt immer einen Punkt. Wo er... Ja. ...even point. Ja. Hopp. Und dann ist er drüber. Genau. Sonja hat das Timing noch nicht richtig raus. Also sie bringt schon die richtige Energie mit, aber sie wartet in bestimmten Situationen einfach noch zu lange. Und dann ist Jax auch schon wieder in seiner Stimmung, geht wieder nach vorne und dann hat Sonja massive Probleme, ihn da wieder rauszuholen. Also Timing ist bei Sonja und Jax alles. Aber du bist in die Situation, ihr seid in die Situation reingegangen. Ja. Das ist die Hauptsache. Also ihr seid jetzt nicht wieder irgendwo gegangen, wo keiner ist. Da könnt ihr ja nichts üben. Deshalb, das ist schon mal spitze. Und jetzt lassen wir mal einen Hund kommen. Andreas Ohlischläger bittet seine Mitarbeiterin Lisa mit Rüde-Babu auf den Weg vor dem Revier. Werden Sonja und Franco es jetzt besser hinbekommen als in ihrem Video und das richtige Timing finden? Leider nein. Okay. Kommst du noch mal näher, bitte? Ihr beiden. Jack. Darf ich ihn mal nehmen? Mhm, gerne. Dankeschön. Ihr bleibt einfach stehen. Also, ich spiele ja gern mit langer Leine und trotzdem mit Führung. Jetzt beschwert er sich schon. Weil er will ja rüber. Und jetzt gehe ich in die Führung und sage ihm, du hast zwar Leine, aber trotzdem knallst du jetzt nicht zu dem Hund rüber. Ja? Schaut euch das an. Danach machst du es. Oder du. Wie ihr wollt. Gut? Super. Kurzes Signal. Toll. Klasse, mein Schatz. Kürzer Körperkontakt. Und wir gehen ein Stück weiter. Machen wir dir die Bremse. Mhm. Gehen wir dir ein Stück weiter. Machen wir dir die Bremse. Zeigst du erwünschtes Verhalten, ist es gut. Mhm. Zeigst du unerwünschtes Verhalten, grenze ich dich ein Stück weit ein. Nee, mehr nicht. Jetzt gehe ich näher zu Lisa und Babu. Und jetzt können die Hunde sich begegnen. Okay? Und wir haben einen komplett anderen Hund. Also, wir haben gemerkt, dass wir da einfach zu hektisch in Situationen sind und Andreas da ganz gelassen reingeht und schon bestimmend, aber mit einer Energie, die wir, glaube ich, erst lernen müssen. Und zum Lernen sind sie ja schließlich hier. Daher soll Sonja es nun noch einmal versuchen. Und ruhig bleiben, ja? Immer locker bleiben. Als Sonja dann vorbeigegangen ist und es passierte nichts und Jax blieb ruhig, war das natürlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt. Heißt, Jax kannte ja jetzt den kleinen weißen Babu schon. Es ist aber trotzdem unterstützend wichtig, dass der Mensch in solchen Situationen auch eine positive Verknüpfung sammeln kann. Und sagen, ach, guck da, beim Andreas klappt es, aber jetzt versuche ich es auch mal. Es hat es bei mir auch geklappt und jetzt bin ich mutig. Für den nächsten Hund. Und das ist rüde Lucky. Doch Jax schaltet sofort wieder auf Alarm um. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Sonja, schenkst du mir ein Lächeln? Ja. Kommst du wieder auf die Straße? Ja. Ruhig bleiben. Ja. Durchatmen. Er mault. Er ist aber defensiv. Man könnte glauben, der Hund wäre jetzt in dem Moment aggressiv. Ist er aber nicht. Er bellt defensiv. Er geht zurück und knuttert rum. Er beschwert sich. Der will eh zurück. Darf ich kurz mal übernehmen? Ja. Pass auf. Du musst mal darauf achten, wenn der lange Leine hat, was der macht. Der will keinen Stress. Der will keinen Stress. Er will keinen Stress. Er will keinen Stress. Und wieder raus aus der Situation. Der mault. Der mault rum. Und darum ist es ganz wichtig, dass du bei dir bleibst am Anfang. Der Hund kommt nicht mit einer aggressiven Absicht. Der hat keine Lust, auf den Lucky loszustürmen und den zu attackieren, geschweige denn zu beißen. Wenn man den Jax ein paar Minuten vorher noch gesehen hat, könnte man das meinen. Aber wenn man dem Hund dann schrittweise die Möglichkeit gibt, sich dem Hund anzunähern, dann klappt es auch irgendwann wieder mit der Kommunikation. Und plötzlich ist Jax wie ausgetauscht. Sogar verspielt. Sonja ist zutiefst berührt. Ich war super erleichtert, dass das so gut geklappt hat. Und als der Jax dann zu mir gekommen ist und mich dann auch abgeschleckt hat, habe ich halt eine Verbundenheit zwischen ihm und mir gemerkt. Ja, braun Sekündchen. Guck mal, ich habe auch Tränen in den Augen. Mich freut das total. Das ist schön. Du machst das schon. Du kannst das. Ihr könnt das. Das braucht nur Zeit. Guck mal, das merkt er jetzt auch. Weißt du, worauf ich jetzt Bock habe? Auf viele Hunde. Ja. Das ist ein Revier für Hunde. Ja. Gut? Mhm. Komm. Im Revier für Hunde möchte sich der Coach jetzt vor allem anschauen, wie Jax sich benimmt, wenn er abgeleint ist. Wie wird er auf die Hunde reagieren? Erst zeigt er sich nur neugierig, bleibt aber ruhig und friedlich. Doch dann lässt er seiner Spiel- und Lebensfreude freien Lauf. Schön ist zu sehen, dass ein Hund, der an der Leine so ein Verhalten zeigt, wo dann viele Leute sagen würden, boah, der ist aber aggressiv, dass er ein ganz anderes Gesicht hat. Das ist ein ganz, ganz friedlicher, sozialer, umgänglicher Hund. Er braucht dringend Hundekontakte. Er braucht auch die Begegnungen an der Leine, aber eben auch Begegnungen ohne Leine. Es waren einfach schöne Bilder, ihn auch ohne Leine mal weitläufig laufen zu sehen. Das war schon schön. Und dass er halt auch gar keine Aggression gezeigt hat, nicht einem einzigen Hund gegenüber. Hausaufgaben. Bitte sucht Begegnungen mit Hunden. Bleibt in eurer Energie und bleibt vor allen Dingen in der guten Laune. Die wird euch helfen. Ja? Ich bringe euch aber noch nach vorne. Gut? Alles klar, kommt mit. Vielen Dank. Auch Gabi, Paul und Chester sind unterwegs zum Revier. Der erst gut fünf Monate alte Schweizer Sennenhund macht, was er will. Vor allem mit Gabi. Chester ist ein Hund, der über die Grenzen hinausgeht. Und wenn er dann noch eine Besitzerin hat, die dem nichts entgegenbringen kann, so wie Gabi, dann nutzt er das auch schon mal gerne aus. In solchen Fällen haben Hunde schnell die Zügel in der Hand. Und der Mensch sitzt einfach nur daneben, schaut zu und weiß nicht mehr, wie er seinen Hund handeln kann. Habt ihr schon Fortschritte gemacht? Aber sicher. Ja? Ja. Erzähl mal, ich bin neugierig. Ähm, die Leinenführigkeit hat sich wesentlich verbessert. Okay. Das Bedrängen hat sich wesentlich verbessert. Was mir hier sofort auffällt, ist deutlich mehr Ruhe. Aber weißt du, von wem am meisten? Ich nehme mal ganz einfach an, von mir. Ja. Ist mir sofort aufgefallen. Ja, ich hab halt versucht, immer alles richtig zu machen und dadurch hab ich vermutlich auch ein bisschen überdreht. Und das hat sich auf den Hund übertragen. Du bist viel entspannter. Also irgendwie hab ich den Eindruck, du bist anders aufgestellt. Ja, ja. Ich bin natürlich jetzt neugierig, wie es jetzt klappt beim Spaziergang. Und wir werden auch gleich einem Kollegen von mir begegnen mit einem Hund. Und dann machen wir mal eine Leinenbegegnung. Ja. Ja. Okay. Komm, gehen wir noch mal. Komm, Chester. Ja, bleib bei mir. Wir sind losspaziert. Und die ersten Meter, die fand ich noch ganz in Ordnung. Aber dann... Chester. Ist eine neue Umgebung jetzt. Chester hatte Unruhe bei sich. Chester zog nach vorne und Gabi hat sich drauf eingelassen. Besser ist, man wartet dann einfach mal. Und jetzt bleibst du wieder stehen und wachtest wieder ab. Super, genau. Und dann loben. Wenn er sich hinsetzt und geht in die Ruhe, guck dich an, loben. Super. Super. Und dann kannst du weitergehen. So, danke. Es geht weiter. Hinein in einen Waldweg. Und hier kommt ihnen der Mitarbeiter des Hundecoaches mit Rüde Sabi entgegen. Wird Chester wieder wild in die Leine beißen und rumzerren? Sehr gut. Warte mal, komm mal zurück. Was habe ich falsch gemacht? Du hast alles richtig gemacht. Gut. Du hast alles richtig gemacht. Super. Super. Du hast ihn rechts geführt. Du bist zielstrebig unterwegs gewesen. Du bist nicht gehetzt. Du hast alles richtig gemacht. Ja, so. Die Leine war nicht zu stramm. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, ist, du hättest meinen Kollegen... Begrüßt. Begrüßt. Ich soll jetzt so auf meinen Hund fixen. Ja, aber das hast du super gemacht. Aber wenn du das schaffst, das ist die nächste Stufe. Also mit deinem Hund so entspannt und zielstrebig zu gehen, aber dann eben auch zu grüßen. Wenn Hundebesitzer sich begegnen, ist es wichtig, dass die Menschen freundlich zueinander sind. Die Stimmung überträgt sich auf die Hunde. Wir lassen jetzt noch mal kurz meinen Kollegen zu mir kommen. Der heißt übrigens auch Andreas. Auch Andreas. Ja. Und du wartest jetzt einfach nur, bis er hier hinkommt. Der wartet dann hier vorne. Und wenn Chester rüberlaufen will, grenzt du ihn ein und lässt nur das zu, was du willst. Okay? Machen wir. Aber sicher. Du hast Bock. Alles klar. Ich hab Bock. Gut. Dann bitteschön. Hallo Andreas. Ja genau, so geht's. Würdest du ihn jetzt lassen oder nicht? Was würdest du machen? Was hast du gelernt? Er soll erstmal sitzen bleiben. Und abwarten. Abwarten. Sehr schön. Super. Genau. Weil der Sabi ist ein etwas älterer Rüde schon. Und der möchte jetzt nicht bedrängt werden. Hier heißt es jetzt für einen jungen Hund einfach auch abwarten lernen. Okay. Wunderbar. Also mir reicht das hier. Wenn ihr Lust habt, gehen wir zusammen ins Revier. Machen wir doch. Und schauen mal, ob Chester noch ein paar andere Hunde kennenlernen möchte. Dann aber ohne Leine. Ohne Leine, aber sicher. Komm. Gabi war definitiv anders aufgestellt. Ich hab's gespürt. Chester braucht genau diese Gabi. Ist doch logisch. Wenn der Mensch die ganze Zeit nur an sich zweifelt, soll der Hund dann an einem hochschauen? Nee, bestimmt nicht. Herzlich willkommen in meinem Revier für Hunde. Ja. Jetzt kannst du ableihen. Okay, machen wir das doch. So, genau. Mir war relativ schnell klar, wenn er mit Hunden zusammenkommt, wird er die Sprache verstehen. Als er gemerkt hat, ach, das ist ja Party hier, dann war er auch schon mal so ein bisschen distanzlos. Aber genau dieses Verhalten zeigt er ja auch bei Gabi. Nur die Hunde zeigen ihm dann die Grenzen. Das ist die erste Ansage. Und die muss er verstehen. Die versteht er. Weil Molly räumt immer sofort auf. Da, jetzt will er sie nochmal antesten. Also, ich habe Molly als sehr konsequent erlebt und gedacht, das ist eine Situation, die der Chester vermutlich braucht. Kurze, konsequente Ansagen. In der Tat. Denn vor allem junge Hunde brauchen den Umgang mit anderen, auch älteren Hunden, um von ihnen angemessenes hündisches Verhalten zu lernen. Wenn Gabi es noch mehr verinnerlicht, auf gleiche Weise mit Chester umzugehen, haben beide die Chance, eine völlig neue Beziehung zueinander aufzubauen. Von Hunden können Menschen ganz viel lernen. Und dann kann der Mensch lernen, Hunde zu verstehen. Ich wusste nicht so genau beim letzten Mal, ob ich es schaffe, dich sofort so hinzubekommen, dass du das so umsetzen kannst. Aber alleine schon, wie du am Anfang aufgetreten bist, viel ruhiger, viel ausgeglichenere Energie, viel zielstrebiger. Finde ich klasse. Eine Sache, die brennt mir noch so ein bisschen auf der Zunge. Und das ist die Leinenführigkeit. Ich habe gemerkt, du hast dich zu oft bei der Leinenführigkeit auf die Energie von Chester eingelassen. Zu oft fand ich, hingst du noch so ein bisschen in der Leine drin. Das dürft ihr noch üben. Da arbeite ich noch drei Jahre. Ansonsten bleib bitte in dieser positiven, guten Energie. Das hat mich heute überzeugt und fasziniert. Dankeschön. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in eurem Revier. Freue ich mich und da bin ich mal gespannt, ob ihr wieder weitere, weitere Fortschritte gemacht habt. Kommt, ich bringe mich noch nach vorne. Ja, alles klar. Andreas ist wieder in Düren, um erneut Sonja, Franco und Mischlingsrüde Jax zu besuchen. Seit er von einer Hündin gebissen worden war, ließ sich Jax bei Hundebegegnungen kaum noch halten. Der Coach arbeitet vor allem mit Sonja an Timing und Führung, damit Jax lernt, seinen Menschen voll zu vertrauen. Andreas ist gespannt, was sich hier getan hat und auch, ob die Begrüßung diesmal anders läuft als noch vor vier Wochen. Denn da bestürmte Jax ihn bereits an der Tür. Hallo, Franco. Grüß dich. Grüß dich. Hi. Hi, wie geht's? Gut, und selbst? Gut, danke. Hier ist gar kein Hund direkt hier. Letztes Mal im Flur direkt ein Hund. Ja, das klar. Habt ihr ihn abgegeben oder was? Nee, er ist noch da, er ist noch da. Hi. Hallo. Sonja. Hi. Ich habe mich gerade schon gewundert, weil vorne war kein Hund im Flur. Meine. Hallo, Schatz. Hi. Ich habe sofort eine ganz andere Harmonie gespürt. Sonja strahlte mich an. Franco war auch super entspannt. Ich konnte es fast nicht glauben. Hey, super. Der ist ruhig. Das klappt wirklich gut. Das haben wir einige Male geübt und das hat er auch begriffen. Was hast du verändert? Also ich bin hier drin wirklich konsequenter geworden. Ja. Also wenn es klingelt, dass ich ihn wirklich in die Schranken weise und ihn wirklich da hinzitiere oder wenn wir auch am Essenssicht sitzen und er kommt in unsere Nähe, da reicht ein auf deinen Platz, dann trollt er sich schon. Okay. Also da sind wir schon echt konsequenter geworden. Da können wir uns nicht beschweren. Okay. So wie du mir das sagst, finde ich dich deutlich stabiler aufgestellt. Wenn das hier drin schon klappt, dann habt ihr schon mindestens die Hälfte der Miete drin. Wenn der Hund lernt, ich habe Grenzen einzuhalten, ich habe abzuwarten, ich halte den respektvollen Abstand auch zu meinen Menschen ein, dann kann man genau diese Stabilität auch mit nach draußen zum Spaziergang nehmen. Und genau dort geht es jetzt hin. Und es dauert nicht lange, bis sich Hunde nähern. Und Jax? Ich habe sofort gemerkt, Jax brachte sich wieder in die Stimmung und was noch viel, viel schlimmer war, Sonja ließ sich auf die Stimmung ein. Also alles umsonst? Grenz ihn hier mal ein, damit er wartet. Bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Bei einem Hund wie Jax ist es sinnvoll, immer wieder kleine Schritte zu gehen. Dem Hund zu zeigen, bist du unruhig, bin ich ruhig. Bist du zu schnell, mache ich langsamer. Und dann macht man das, ja, in ganz kleinen Etappen, in ganz kleinen Schritten, dass der Hund eben lernt, ah, okay, jetzt gehen wir, jetzt stehen wir. Da sind andere Hunde, ich muss warten. Warten ist eine wundervolle Übung. Und wenn er jetzt sich entspannt, dann könnte er die Hunde sich begegnen lassen. Aber gesittet, ne, an der Leine. Nicht so, total hektik. Ja, das war's. Oh mein Gott, ihr seht aber ein bisschen aus wie... Haben wir immer schon gesagt. Oder sieht aus wie ihr Schwester. Jax ist schon ein kleiner Charmeur. Also ich mag ihn, weil er ist zwar auf der einen Seite so stürmisch und auf der anderen Seite ist er dann so ganz fein und klein. Der braucht eben vom ersten Moment des Sehens vom Hund bis zur Begegnung einfach eine klare Struktur. Wenn er die hat, dann klappt auch die Hundebegegnung super. Im Nachhinein ist die Begegnung dann wiederum ganz gut gelaufen, weil man wieder gesehen hat, dass der Jax nichts Böses im Sinn hat, nicht aggressiv ist, sondern einfach nur zu dem anderen Hund möchte, ja, um, keine Ahnung, zu begrüßen einfach. Es ist noch Luft nach oben. Das haben wir heute gesehen. Zu Hause läuft es super. Sonja ist klasse aufgestellt. Ich freue mich riesig, dass du diesen Schritt gemacht hast. Jax ist kein aggressiver Hund. Er, das Gegenteil ist der Fall. Er ist ein unsicherer Hund. Aber wenn man ihn nicht kennt, dann sieht das irgendwie seltsam aus. Deswegen übt mit bekannten Hunden und mit fremden Hunden immer die Erstbegegnung. Denn das ist sein Thema. Und das ist auch euer Thema. Ja? Wenn was ist? Bitte melden. Machen wir. Okay, und ansonsten weiter so. Ich bin stolz auf euch. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Nun ist der Coach wieder in Erftstadt und gespannt, wie sich der inzwischen ein halbes Jahr alte Schweizer Sennenhund Rüde Chester entwickelt hat. Vor allem Gabi hatte größere Schwierigkeiten, den jungen Hund im Zaum zu halten. Bei Spaziergängen biss er in die Leine oder zerrte nach vorn. In der Wohnung bedrängte er Gabi und vergriff sich derart an der Inneneinrichtung, dass seine Halter die Vorhänge höher zogen und ihre Teppiche in Sicherheit brachten und teils durch alte ersetzten. Aber Andreas sieht sofort, hier hat sich was getan. Ich muss mal gucken, hier ist irgendwie... Alles anders. Hier ist irgendwie alles anders. Hier sind Teppiche. Und was mir sofort auffällt, die Gardinen sind wieder runter. Ja. Was ist denn hier passiert? Ja. Habt ihr umgekramt? Ja. Seid ihr wieder in alte Energien übergegangen? Ja, wir haben wieder unser altes Zuhause uns zurückerobert. Ich bin jetzt neugierig und möchte wissen, wie ihr das gemacht habt, dass ihr jetzt hier wieder die Führung habt. Wir haben versucht, uns konsequent durchzusetzen. Okay. Und haben erst mal peu à peu eine Gardine nach der anderen runtergelassen. Chester? Als wir uns unterhalten haben, sprang Gabi auf einmal auf. Ich hab zuerst gedacht, hm, sehr unhöflich. Nee, gar nicht. Sie hat Chester wieder auf seinen Platz gebracht, weil er aufgestanden war. Aber sie machte das mit so einer Zielstrebigkeit und mit so einem guten Timing. Da wusste ich, mein Coaching hat gefruchtet. Top. Das ist ne andere Gabi. Dankeschön. Ich merke das ja auch, wie sie jetzt mit dem Hund umgeht. Das ist also eine ganz andere Form von Konsequenz, als es vorher war. Okay. Und der Hund überlegt zwar manchmal noch einen Moment, ob er halt der Aufforderung nachkommt. Aber letztendlich macht er das dann doch, was sie von ihm möchte. Und ich glaub, dem Hund tut es gut. Uns tut es auch gut, weil es wesentlich einfacher ist, jetzt mit den Situationen umzugehen. Ja, super. Das, was ich jetzt hier drin gesehen hab, überzeugt mich. Aber ich hab ja noch ein Problem bei euch entdeckt, nämlich mit der Leinenführigkeit. Und auch, dass Chester immer wieder in die Leine reingebissen hat. Beißt er noch da rein oder nicht? Das würde ich mir jetzt gerne draußen mal anschauen. Dann lass uns rausgehen. Chester, komm. Super. Chester an der Leine, das hieß vor wenigen Wochen noch Chester in der Leine. Und das mit vollem Körpereinsatz und seinen Zähnen. Und heute? Okay, geh einfach mal ein Stück mit ihm runter. Chester. Ja. Super. Güsse. Chester. Okay. Kannst du noch mal zurückkommen? Chester. Und Kert. Ja. Chester. Aha. Wenn ich dir noch einen Tipp geben kann. Ja, gerne. Erst auf. Darf ich mal haben? Und zwar wäre es ganz gut, wenn du ihn, wenn du mit ihm losgehst, ein bisschen positiver motivierst. Okay. Also, ein wenig mehr so. Ja, komm. Ja, super. Super, mein Schatz. Super, mein Schatz. Super. Und dann so ein bisschen spielerisch. Wenn du in die Leine reinbeißen willst, änderst du sofort wieder deine Stimmung. Ja. Aber ansonsten, versuch mal so ein bisschen. Okay. Hey, wir gehen zusammen spazieren. Das macht Spaß. Ja, willst du mal probieren? Ja, gerne. Und wenn du dann versucht, in die Leine reinzubeißen, dann fährst du sofort wieder runter. Bleib einfach stehen und bist wieder cool. Und zurückkommen. Sehr schön. Super. Bei Gabi, Paul und Chester bin ich besonders glücklich, weil bei jungen Hunden braucht man ganz, ganz viel Geduld. Gabi hat sich so gedreht, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es in so kurzer Zeit möglich ist. Der Paul war als Hintergrundfels die ganze Zeit aktiv. Auch wenn das manchmal so aussieht, als wäre er gar nicht mit in der Erziehung dabei. Doch, doch. Die drei haben riesen Fortschritte gemacht. Chester, gewöhn dich. schon mal dran. Du wirst einen sehr stabilen Menschen mit Gabi an deiner Seite haben, der genau auf den Punkt dir sagt, wo es lang geht. Top. Immer dann, wenn es am schönsten ist, trennen sich die Wege. Genau. Vielen Dank. Gerne, gerne. Wenn irgendwas ist, meldet euch bei mir und bleibt konsequent, aber liebevoll. Machen wir. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.